Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von die Luftretter TV. Heute mit Marco Kramme, Stationsleiter Christoph 36 in Magdeburg. Und heute Abend sprechen wir aus einem ganz besonderen Grund. Marco, ihr habt gestern gefeiert, 15 Jahre DRF Luftrettung in Magdeburg. Ja, mega cool. Ein total schönes, schöne Zahlen, ein total schönes Ereignis eigentlich zum Feiern, wenn man so richtig hätte feiern können. Aber aufgrund von Corona haben wir das halt jetzt online verschoben. Und vielen Dank, Konstantin, für die Einladung, dass ich zum dritten Mal dabei sein darf. Und ich freue mich total auf deine Fragen, auf die Fragen da draußen und auf einen schönen Abend mit euch allen und weine mit dir, Konstantin. Wunderbar. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr habt gestern, du hast uns was zugespielt. Was war das denn hier gestern? Ja, gut, super. Also pass auf, ja, ich habe natürlich die Crew, die gestern Dienst hatte, natürlich überrascht und habe eine Torte eigentlich gekauft, nicht selbst gebacken. Das hätte ich meinen Jungs und Mädels da nicht antun wollen. Und es war so schönes Wetter und die waren gerade los. Das habe ich von zu Hause aus gesehen. Da dachte ich, weißt du was, läufst du zur Station, nimmst den Kuchen mit und nimmst auch deinen Hund mit. Der Hund hat eigentlich sonst nichts verloren auf der Station, aber wir sind dann hingekommen und nach Stunde, Stunde 30 kam sie wieder vom Einsatz. Und dann habe ich da schon den Tisch gedeckt und dachte, weißt du was, eigentlich gehört der Hund auch mit dazu. Hab denn da so was auf den Sitz draufgelegt, damit er nicht schmutzig wird, wobei der Hund total sauber ist. Und ja, die kleine Lotta, meine süße Maus, die muss natürlich dabei sein und hat sich auch alles angeguckt, hat auch ganz Corona-Form natürlich mit Nasenschutz getragen, wobei der näher runtergerutscht ist, weil das einfach für sie auch nicht schön war. Und das war auch völlig legitim. Ja, ansonsten hat der Hund nichts verloren, aber das war einfach so als kleiner Goodie für die Crew. Und wir wollten eigentlich feiern und aber der Crew, die musste erst mal was essen, weil die schon lange unterwegs war, sodass die Torte da erst mal nur so stand und ich dann wieder von dann gezogen bin. Sag mal, wisst ihr denn eigentlich alle, dass ihr was gemeinsam habt mit Queen Elizabeth, der Königin von England? Na klar. Ich würde jetzt nicht sagen, der gleiche Geburtstag, aber... Naja, die ist gestern 95 geworden, also sprich am 21. April 2006 hat sie 80. gefeiert. Sag mal, damit da draußen, erst mal hallo an alle. Hier wird schon fleißig kommentiert. Bitte ein bisschen Geduld haben. Herr Marco hat ja schon verraten, wir erwarten heute einen besonderen Überraschungsgast. Nicht nur den, sondern auch noch jemand anders. Also wir erwarten zwei Gäste. Und deswegen ein bisschen Geduld bitte. Und es wird so sein, wir mussten unsere Planung etwas verändern, aber wir sind ja flexibel. Das kennt Marco ja aus seinem Alltag nur zu gut. Und von daher bitte ein bisschen Geduld, wenn ihr Fragen habt an Marco, auf jeden Fall stellen. Wir behalten das im Auge. Oh, guck mal hier. Hier grüßt jemand aus dem Iran. Wow. Wo siehst du denn das? In der Bauchbinde. Da siehst du den nicht? Ach da. Oh ja, wow. Cool. Jetzt siehst du ja bei dir in deiner. Schön. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Was für eine Reichweite. Ja, Wahnsinn. Also wir haben mittlerweile weltweit Zuschauer. Wie toll ist das denn? Sagen wir aber jetzt mal ernsthaft, wie war der Tag für die Crew gestern? Ah, die hatten eigentlich ganz gut zu tun. Es waren auch wirklich keine schönen Einsätze. Also ich meine, wir haben letztes Mal auch schon drüber geredet, es gibt eigentlich keine richtigen schönen Einsätze. Die hatten ein verbrühtes Kind, was sie unbedingt nach Halle, nach Bergmannsroos in die Verbrennungsklinik fliegen mussten. Das sind natürlich für uns auch immer so ein bisschen belastende Einsätze, die natürlich alle professionell abgehandelt werden, aber die schonen immer so ein bisschen an uns. Das sind schon ein bisschen mit, ja. Und dann haben sie, glaube ich, noch zwei Reanimationen gehabt, die aber Gott sei Dank beide erfolgreich waren. Und es war schon ein anstrengender und belebter Tag für die Crew, ja. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, dass sie erst mal nur die Torte für das Foto genommen haben und sagten, jetzt müssen wir erst mal richtig was essen, bevor wir das Süße in uns hineinzerren. Ja. Sag mal, Marco, für all diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, seit wann bist du in Magdeburg stationiert? Denn du bist ja ein Junge von einer Küste, aus Wilhelmshaven. Das darf man, glaube ich, verraten. Da hört man wahrscheinlich auch den einen oder anderen meinen leichten Küstendialekt, aber du kannst ihn auch nicht weglügen. Konstantin, dein Hamburger Slang. Ja, also... Ich bekomme gerade, es ist live ein Anruf. Ich muss mal ganz kurz ran, ob das vielleicht für uns ist. Okay, ja. In der Zeit mache ich weiter. Ich bin seit 2009 bei der DR Luftrettung, für die, die mich nicht kennen. Und seit 2010 bin ich in Magdeburg stationiert. Vorher war ich Springer und war ein ganz deutscher unterwegs. und war immer da eingesetzt worden, wo gerade ein Pilot mal Urlaub hatte oder vielleicht auch mal krank war. Das habe ich mir mit anderen Springern geteilt, diesen Job. Und seit 2010 bin ich total glücklicher Magdeburger und somit ein Vossi geworden. Total stolz drauf. Ein was, bitte? Ein Vossi. Noch nie gehört. Ein Vessi, der aus dem Osten lebt, ist ein Vossi. Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass es diese Aufteilung noch gibt. Ich dachte, das wäre... Genau. Ich bin ein bekennender und ein stolzer Vossi und ein total bekennender und stolzer Magdeburger auf jeden Fall. Super coole Stadt. Was ist denn so toll am Magdeburg? So eigentlich im Prinzip alles. Jede Stadt, muss man ja auch sagen, hat ihre Schmuddelecken und da gibt es, glaube ich, keine, die es nicht hat. Magdeburg hat eine wunderschöne Elbe. Die hat die grüne Zitadelle, also das 100-Wasser-Haus. Sie hat den Magdeburger Dom. Sie hat ganz viele tolle Cafés, Straßenkneipen, die hoffentlich irgendwann wieder aufmachen dürfen. Und es ist einfach eine total schöne Stadt mit ganz vielen Facetten und mega, mega grün. Wenn du über Magdeburg rüberfliegst, du siehst, also Magdeburg besteht immer, ich sag mal aus 50 Prozent, wirklich aus Kleingärtenvereinen immer noch. Und es hat ganz viele schöne Parks. Es hat den Jahrtausendturm. Das war so das früher bei der Bundesgartenschau, die wir hatten in Magdeburg. Da ist ein ganz toller Turm entstanden mit ganz viel Technik und Wissenschaft und Historie der Menschheit drin. Also Magdeburg ist einfach eine superschöne Stadt und muss unbedingt besucht werden, wenn jemand noch nicht hier war. Ja, und ihr habt ja nicht nur ganz gute Fußballer, denen es leider momentan sportlich nicht so super geht, aber noch viel bessere Handballer. Und ich habe gehört, obwohl du selber Volleyball spielst, bist du ein großer Anhänger des SCM, ne? Ja, absolut. Also ich meine, die Fußballer haben sich jetzt auch ganz gut gemacht. Die sind, glaube ich, jetzt auf Platz 12 oder 13. Aber ich bin nicht so ganz der Fußballer auf jeden Fall. Die haben sich schon mal aus der Abstiegssituation, glaube ich, gerettet, Gott sei Dank. Das wäre auch wirklich schade für Magdeburg. Und ja, natürlich, mein Herz schlägt für den SCM auf jeden Fall. Wann immer es geht, sind wir bei den Spielen dabei. Und es ist einfach eine superschöne Truppe, uns einfach schön anzuschauen. Ja. Wir haben eine erste Frage. Und zwar heißt die, wie lange braucht man, um Pilotin zu werden? Ja, das kommt darauf an, wie viel Geld man hat und wie viel Zeit man dort investieren kann. Man muss ja immer schon das Programm ablaufen. Das ist wie beim Autoführerschein, ne? Man kann auch nicht sagen, die mache ich in einer Woche. Das schafft man vielleicht, wenn man das in den Ferien machen würde oder sowas. Oder im Urlaub machen würde. Und so ist es beim Hubschrauber, der normale private Hubschrauberschein ist das genauso. Man muss eine bestimmte Anzahl von Stunden absolvieren. Man muss eine Checkfüge machen. Man muss eine Theorie abarbeiten. Man muss die Teste bestehen. Und das schaffen eigentlich nicht alles so in einem Vierteljahr, einem halben Jahr vielleicht. Wenn man gut ist, dann kriegt man es so in dem Zeitraum wahrscheinlich hin. Und man muss genug Geld für die Stunden haben natürlich auch. Okay. Sag mal, welche Fähigkeiten braucht es denn? Ich habe immer wieder gehört, gerade von jüngeren Leuten, die nicht so gut in Mathe sind, dass sie Sorge haben, wenn sie halt nicht die Überflieger sind, gerade in Mathe und Physik, dann sei es so gut wie unmöglich, Pilotin oder Pilot zu werden. Dann gehst du da mit oder kannst du diese Sorge etwas reduzieren? Also ich glaube tatsächlich, dass für jeden etwas, ich will nicht sagen einspruchsvoller Job, das klingt ja total blöd, das ist eigentlich auch Quatsch. Also eigentlich für jede, für jede Art von Arbeit braucht man eine gewisse Intelligenz. Und diese Berufspiloten-Lizenz, die man da erwerben kann, die kann ja erstmal jeder machen, egal ob er eine Sonderschule besucht hat, ob er eine Hauptschule besucht hat, Realschule oder das Gymnasium. Das ist völlig egal, du kannst den Berufspiloten-Schein, wie gesagt, wenn du über genug Geld verfügst, erstmal machen. Und wenn du dann die ganzen Teste bestehst und richtig gut gelernt hast, dann hast du den Schein. Ob du damit danach was anfangen kannst und dann sich bei einer Firma oder einem Unternehmen bewerben kannst, ist die zweite Frage. Aber machen kann ihn eigentlich jeder, der über genug Geld verfügt und sich diesen Schein erlauben kann. Liegt so bei 40.000 bis 80.000 Euro, wenn man so einen Turbin-Hubschrauber fliegen möchte. Das ist schon viel Geld. Guck mal, wir haben eine nächste Frage von Michael, die ist relativ lang. Ich hätte Fragen beziehungsweise an einen Piloten im Internet. Sieht man ab und zu Videos, in denen anscheinend Ersthelfer und angebliche Privatpersonen in Zivilkleidung den Hubschrauber beim Landen helfen? Ausgebreitete Arme nach unten. Darf das wirklich jeder Ersthelfer und simmet auch jede Zivilperson, sofern keine Feuerwehr und keine Polizei vor Ort ist? Okay, wenn ich die Frage zu wann würde. Ja, klar, darf das jeder. Ob es dann Sinn macht, dass das jeder macht, ist die andere Frage. Weil um jetzt einen Hubschrauber wirklich einweisen zu können und ihm wirklich zu helfen, bei der Landung zu helfen, da muss man schon echt richtig geschult sein. Weil man muss wissen, von wo der Wind kommt. Das heißt, ich bin immer mit dem Rücken zum Wind. Ich muss sehen, wo sind Hindernisse. Ich muss eine R-Rappen-Hubschrauber finden, die groß genug ist, dass er dort auch landen kann und auch gefahrlos landen kann. Ich muss wissen, wie ich mich verhalte, wenn ich vor dem Hubschrauber abkniehe und ich den Downwash, also der Wind, der von oben runtergesaugt wird und nach unten ausgebreitet oder sich ausbreitet, den muss ich natürlich auch noch berücksichtigen. Das ist alles nicht so einfach, wenn man, ich sage es so schön, wenn man keine Ahnung hat. Letztendlich entscheidet der Pilot, wo er landet. Letztendlich entscheidet der Pilot, wie er landet. Es ist aber oft, oder es ist öfter eine gute Hilfe, wenn jemand da ist und schon mal sagt, Mensch, hier könnt ihr landen. Aber letztendlich muss der Pilot das selbst entscheiden, weil er ist für die Verantwortung, er ist für die Crew verantwortlich, er ist für die Leute drumherum verantwortlich und er entscheidet, wo er sicher landen kann. Okay, wir haben eine Frage von Lena. Lena ist, glaube ich, schon eine kleine Expertin oder eine große vielleicht. Was ist der Unterschied zwischen ATPL und CPL? Ja, das kann man eigentlich ziemlich schnell im Internet nachlesen und dort wird es vielleicht auch viel, viel besser erklärt. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Berufspiloten-Lizenzen. Die eine hat mit Mermot und mit einer Crew zusammenhängen, die mehr als zwei oder die mehr als ein Piloten an Bord hat und dementsprechend kann man einen ATPL machen und einen CPL machen. Aber es geht jetzt ganz schön ins Eingemachte. Also es sind wirklich richtige Fachfragen. Also der CPL, der Berufspilotenschein Commercial Pilot-Lizen ist ja der CPL, ist der, wo man allein Hubschrauber sitzen kann und auch alleine fliegen kann. Man braucht kein IFA dazu, also keine Instrumentenflugberechtigung, die ist auch, glaube ich, Teil vom ATPL. Da gehört schon einiges dazu, um den ATPL zu bekommen. Okay. Das hier ist eine relativ allgemeine Frage, die kann sogar ich beantworten. Gibt es so einen A-Tag der offenen Tür, wo man alles erklärt bekommt und auch mal im Hubschrauber sitzen darf? Natürlich nach Corona. Da gibt es bei euch ja einen ganz speziellen Tag eigentlich jedes Jahr. Ja, so Stichwort Konzert. Ja, genau. Also die Frage hast du ja schon beantwortet. Klar gibt es Tag der offenen Türen und die versuchen auch regelmäßig auf die Beine zu stellen. Der letzte bei uns war, glaube ich, 2017, meine ich. Dieses Jahr war auch einer geplant, aber da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und natürlich ist da die Verantwortung ganz, ganz groß. Deswegen können wir das dieses Jahr nicht machen. Wir gucken, ob es 2022 schaffen. Und ja, natürlich, wir haben ein ganz, ganz großes Event jedes Jahr, wo ich mich immer darauf freue. Dieses Jahr ist es auch ausgefallen. Und zwar sind das mein Lieblingsverein, die Kinderklinikkonzerte e.V., bei dem ich auch Mitglied bin. Die Nicole und Nette sind dort die Vorsitzenden und die veranstalten Konzerte für Kinder in eine Not von Kindern, denen es gerade ganz, ganz, ganz schlecht geht und die in Krankenhäusern sind. Und jedes Jahr findet dieses große Highlight-Konzert, also es sind mehrere Konzerte in ganz Deutschland verteilt. Und dieses große Highlight-Konzert findet bei uns im Hangar vom Christoph 36, findet das statt. Und dort werden die Kinder dann eingeladen und können eine ganz tolle Band sehen. Also es waren schon da Revolverhell, Silbermond, Jupiter Jones, Johannes Oerding, Vincent Weiß, drei Berlin, die Mädels waren schon bei uns. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Künstler, die dort ohne dafür Geld nehmen zu wollen, auftreten und für die Krankenkinder spielen und für deren Geschwister und Eltern. Ja, und wir sind ja praktisch unter uns. Die Zuschauer weltweit werden uns nicht verpetzen. Wie viele haben schon gesagt, sag mal, Marco, kann ich mal deine Handynummer haben? Können wir mal vielleicht so nach Sonnenuntergang mal eine Runde drehen? Ja, Gott sei Dank noch keinmal. Nee, ist noch nicht vorgekommen. Okay, ja, wir haben noch eine weitere Frage und zwar von Savita. Marco, du landest zum Beispiel auf einem Feld. Woher weißt du dann, aus welcher Richtung der Wind kommt? Merkt man den Wind auch beim Fliegen? Ja, Evelina, grüß dich erst mal. Also ich, wenn ich lande, ist es meistens so, dass ja in Sachsen-Anhalt gerade viele Windräder stehen. Das heißt, ich kann schon anhand der Windräder überhaupt schon sehen, wo, von woher der Wind kommt. Dann gibt es auch so eine schöne Weisheit, die du vielleicht auch kennst. Da, wo die Kuh mit dem Hintern hinschaut, und da kommt der Wind. Ja, und ich habe auch Instrumente an Bord, die mir tatsächlich sagen, von wo der Wind kommt, wie stark der Wind ist. Und dementsprechend kann ich den Hubschrauber ausrichten und dann in den Wind hineinlanden. Okay. Okay. Danke. Von Sandra kommt auch eine ganz interessante Frage. Erstmal vielen Dank an euch alle, die Fragen stellen. Macht das gerne. Ja, jetzt ist der Moment. Ich weiß nicht, ob ich schon gefragt wurde. Nein, wurde es noch nicht. Aber hat der Pilot auch eine medizinische Ausbildung in irgendeiner Form? Die Frage kommt tatsächlich ziemlich häufig. Auch wenn ich irgendwo gelandet bin, dann heißt das mal, sag mal, bist du eigentlich nur Pilot? Die Frage ist meist anders gemeint. Aber das klingt mal schön. Sag mal, bist du nur Pilot? Ja, ich bin nur Pilot. Ja, also, nee, tatsächlich, ich habe nur den Erste-Hilfe-Kurs, den man natürlich machen muss. Wie bei jedem Berufspilotenschein, bei jedem Berufskraftfahrer brauchst du den Erste-Hilfe-Kurs, oder? Ich glaube, ja. Nein, das wüsste ich ja. Das ist ja völlig richtig, ja. Absolut, absolut. So ist es bei mir genauso. Ich habe den Erste-Hilfe-Kurs, das ist der Pflichtkurs, den ich haben muss medizinisch. Natürlich kriege ich jede Menge mit, weil die DRF natürlich unheimlich stark in Fortbildung ist und unheimlich viel auch in Fortbildung macht und sehr viele medizinische Fortbildungen auch bei uns an der Station stattfinden. Und da wäre ich natürlich doof, wenn ich da nicht daran teilnehmen würde. Insofern hat man schon mehr Hintergrundwissen, aber ich habe wirklich nur eine Erste-Hilfe-Ausbildung und habe von Medizin im Prinzip, also faktisch gesehen, keine Ahnung. Aber dafür habe ich auch zwei Fachleute an Bord. Dafür habe ich den Notärztin an Bord und den Hemp-CC, also den Notfall-Sanitäter. Die können das viel, viel besser als ich. Dafür können die nicht so gut fliegen wie ich. Aber ich meine, da du schon so lange dabei bist, ist es doch sicherlich so, dass du das ein oder andere auch mitbekommst, ohne dass du jetzt, sage ich mal, zu Pfleger oder Schwester Marco wirst. Aber dass du schon einmal ein bisschen mehr Wissen hast mittlerweile als, Entschuldigung, Normalbürger oder eine normale Bürgerin. Richtig? Absolut. Wenn du so zwei absolute Profi, zwei absolute Fachleute neben dir hast, denen du ständig auf die Finger schauen kannst, was sie da machen, dann bleibt das einfach hängen. Also natürlich, klar, da hat man schon ein großes Spektrum an medizinischen Sachen mitbekommen im Laufe der Jahre. Absolut. Das kann ich nur, weil ich da auch mit Profis zusammenarbeite. Und wenn man denen auf die Finger schaut, dann lernt man das schon, das eine oder andere. Okay. Hier werden auch Fragen gestellt zum Beruf des HEMS-TC, zum Beispiel, ob man viel Englisch sprechen muss, möchte Nick wissen. Als HEMS-TC? Naja, als HEMS-TC musst du nicht ganz so viel Englisch sprechen. Das Einzige, wo du englische Firmen sein musst, ist in den Checktisten. Die sind halt auf Englisch. Und in den Notverfahren, die sind auch auf Englisch geschrieben. Und ansonsten brauchst du eigentlich nicht so viel Englisch. Aber es ist schon, als HEMS-TC musst du schon ein Grundwissen in Englisch haben, weil viele Publikationen einfach auf Englisch geschrieben sind. Und ich glaube, medizinisch wird auch einiges, wenn Fortbildung auch in Englisch sein, geht davon aus. Aber vielleicht können wir einigen da draußen mal so ein bisschen die Sorge nehmen. Also ich kann nur sagen, ich habe zwar Abitur gemacht, ich habe auch studiert, aber mein Englisch war nicht besonders gut. Ich wollte aber immer mal im Ausland leben. Und das hat Marco übrigens auch getan. Und ich habe ein Jahr in Australien gelebt und dort auch journalistisch gearbeitet. Und das hat mir einfach dahingehend so sehr geholfen, weil dort haben Menschen gelebt, und zwar dauerhaft. Die sprechen weitaus schlechter als diejenigen, die bei uns in Anführungsstrichen nur Schulenglisch haben. Und ich kann nur jeden ermutigen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man was will und Englisch zum Beispiel dazugehört, dann wird man das auch lernen. Ich meine, wie ist das bei dir mit dem Piloten Englisch? Also ich meine, ihr habt ja ganz viele Fachbegriffe, die sind natürlich alle auf Englisch. Genau, absolut. Die meisten Piloten, die so in die Rettungsfliegerei reinkommen, kommen ja meistens aus der Bundeswehr. Natürlich später auch bei der NVA. Und bei der Bundeswehr hat man Pflegefachenglisch tatsächlich ein Dreivierteljahr lang gelernt und beigebracht bekommen. Und das ist genau das, was man auch braucht. Weil, wie du gerade gesagt hast, vieles im Fliegerfachenglischen Avionik oder Aviation ist da wirklich ganz, ganz viel Fachspezifisch, dass du nie in der Schule lernen würdest. Diese Fachbegriffe musst du einfach lernen. Die Vokabeln musst du einfach draufhaben. Und das lernst du dann auch. Ansonsten nütze das normale Englisch, würde dann wirklich nicht viel nutzen, weil du einfach viele Fachbegriffe brauchst, die im normalen Englischen sonst nicht so genommen werden und benutzt werden. Naja, und ich meine, wir beide sprechen heute hier via Internet. Du sitzt in Magdeburg. Ich sitze in der Nordteile, 30 Kilometer südlich von Hamburg. Was ich damit sagen will, ist, es ist vieles möglich, es ist vieles einfacher geworden. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mir hat zum Beispiel meine Zeit im Ausland dahingehend total viel gegeben, weil die gemeinsame Sprache ist nun mal auch der Schlüssel zu den anderen Menschen. Ich meine, Marco, du hast ja in Kanada gelebt, auf Vancouver Island. Würdest du sagen, du warst vorher perfekt oder einfach, sag ich mal, so gut, dass dir klar war, du kommst eben auch klar? Kanada ist ja nun mal auch ein klassisches Einwandererland. Du meinst perfekt im Englischen oder was? Ja, ja, im Englischen. Nee, absolut nicht. Und wenn du nach Kanada gehst, und ich habe ja im Heli-Logging gearbeitet, ein bisschen, also Baumchancenwege rausgeholt. Und wenn du da mit den Leuten sprichst, gerade so in den Holzfällern, die sprechen ja Englisch, da schlackerst du mit den Ohren, da musst du erst zwei, dreimal zuhören. Da muss man reinwachsen. Aber das Beste ist ja tatsächlich, das wissen ja auch viele, das machen auch viele hier Studium im Ausland, weil wenn du dort in einem Land lebst, wo du die Sprache gesprochen wirst, eine bessere Aktion zum Lernen der Sprache, das kannst du gar nicht machen. Also das ist, was Besseres gibt es gar nicht. Marlene hat sich eben schon mal gemeldet, aber vielleicht hast du noch einen konkreten Tipp. Sie würde gerne wissen, sie möchte Hubschrauberpilotin bei der DRF werden. Habt ihr spezielle Tipps, auf welchem Weg ich das erreichen kann? Reicht dann ein CPL, auch wenn ich nicht bei der DRF arbeiten will? Also habt ihr spezielle Tipps, auch wenn ich nicht bei der DRF arbeiten? Das ist ein dickes Ding. Na gut. Ich würde mal sagen, erster und letzter Satz passen so nicht ganz zusammen. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Also schon gar nicht, der DRF als Arbeitgeber ist natürlich ein super, klasse Arbeitgeber. Ich arbeite schon so lange dort und bin total glücklich. Und freue mich auf jeden Tag, den ich zur Station kommen kann und fliegen kann. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage war, reicht der CPL aus? Ja klar, reicht der CPL erstmal aus. Aber um Rettungspilot zu werden, braucht man so 1500, 2000 Flugstunden, um dann auch als Rettungsflieger genommen zu werden. Und das ist natürlich eine Anzahl von Stunden, die man draußen so, wenn man jetzt den CPL machen würde und seinen Schein macht, 2000 Flugstunden, da stemmt man nicht einmal so mit dem eigenen Geld. Also wenn man überlegt, dass so eine Turbinenstunde auf dem Hubschrauber ungefähr 800 bis 1000 Euro nass kostet und dann mal 2000, die Summe nimmt dann nicht mal bei 2 Millionen Euro. Und die habe ich auch nicht, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube nicht. Hm. Ähm. All right. Was anderes? Wo ist denn unser Überraschungsgast? Hast du irgendwas gehört? Nee, leider sehe ich ihn auch nicht im Warteraum. Und ich weiß so, dass unser anderer Gast ein kleines Problem hatte mit der IT. Das scheint aber jetzt gelöst zu sein. Und vielleicht kommt er gleich. Ich bekam eben einen Anruf von anonym. Aber das kann eigentlich nicht das Büro gewesen sein. Ich meine, du hast es ja schon verraten. Es ist euer Oberbürgermeister, Dr. Lutz Trümper. Und eigentlich war er für 19.30 Uhr in Anführungsstrichen vorgesehen. Da kam aber eine wichtige Take-O dazwischen. Ich hoffe, sein Terminplan hat sich nicht noch mal geändert. Aber das kann natürlich bei jemandem, der so viel um die Ohren hat, schon mal passieren. Und ich würde jetzt auch ans Telefon gehen, wenn es klingeln würde. Tut es aber nicht. Ich würde jetzt mal einen Kollegen bitten, doch mal zu versuchen, das Büro zu erreichen. Weil wenn wir ihn gar nicht haben, wäre das natürlich total schade. Aber vielleicht kannst du mal sagen, warum Dr. Lutz Trümper bei euch so beliebt ist. Ja, also gut, da können wir mal ganz kurz ausführen. Dann gebe ich dir nämlich deine Zeit, mal kurz mal zu gucken, was denn unser Überraschungsgast macht, unser Ehrengast hier. Ja, also für alle, die das vielleicht nicht so richtig mitbekommen haben. Der Dr. Lutz Trümper hat bekannt gegeben, dass er ein Jahr bevor sein Amt als Oberbürgermeister beendet ist, wollte er gerne zurücktreten. Er wollte mehr Zeit für seine Familie und vor allem für seine Enkel verbringen. Und sagte, Mensch, 20 Jahre reicht mir auch. Und das gab eine riesen Aufruhr in Magdeburg. Und man hat sogar auch eine Facebook-Gruppe getründet, Lutz Trümper soll bleiben. Und man hat Leuchtreklamen in Magdeburg gemietet und dort auch ein Foto auf Lutz, bitte bleib. Das war eine enorme Publis, die man da erreicht hat. Es wurde ein Aufheber gedruckt mit Lutz, wir lieben dich und solche Sachen. Ja, das ist einfach ein Mensch des Herzens. Er ist total geradlinig und das ist natürlich das, was bei uns unheimlich ankommt. Und er ist seit Juli 2001 ist der Oberbürgermeister und das jetzt seit 20 Jahren. Der feiert eigentlich mit uns dieses Jahr Jubiläum. Er hat 20 Jahre. Wir feiern 15 Jahre DRF in Magdeburg und er hat 20 Jahre Oberbürgermeister in Magdeburg. Und es macht ihn einfach als total sympathischen Mensch. Und er hat tatsächlich durch diese, das ist ganz schön laut. Ja, ich bekam gerade einen Anruf via Teams, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum das per Teams kommt. Erzähl mal bitte weiter. Genau. Und er hat sich dadurch, will ich durch diese Aktion, unter anderem bereit schlagen lassen, will ich nicht sagen. Aber es war einfach so, dass er sagt, weißt du was, das hat mich so berührt, dass die Leute mich angesprochen haben, in meiner Freizeit, wenn ich spazieren gewesen bin, macht doch bitte weiter, dass er da nicht gesagt hat, okay, er macht seine Amtszeit zu Ende und danach ist aber wirklich Schluss. Und dann würde ich sagen, am 21 Jahren Oberbürgermeister in Magdeburg hat er vielleicht auch da mal Ruhe verdient. Er ist ein Mensch des Herzens und natürlich gibt es auch Kritiker, die gibt es überall, das wisst ihr. Wo Erfolg ist, ist auch Kritik, das ist ganz klar. Aber wer 20 Jahre in Magdeburg das Zepter geführt hat, das heißt schon was und wir mögen unseren Nutz unheimlich. Und deswegen wäre es echt schade, wenn er jetzt tatsächlich irgendwie hier nicht reinkommen könnte. Wer es nicht gesehen hat, vielleicht konnte man es auch nicht sehen. Ich hatte gerade mal ein Mikrostumm, er hat tatsächlich hier angerufen. Und es gibt ein Problem mit unserem Tool, das erlaubt die IT-Administration nicht. Das kommt jetzt davon, das würde natürlich auf der Station nie passieren, weil wie oft wird der Heli gecheckt? Marco? Der Heli wird morgen gecheckt, er wird nach jeder Landung checken wie ein gewisser Teil des Hubschraubers und er wird jeden Abend gecheckt. Also der wird ziemlich oft gecheckt. Also das war jetzt ein Learning. Viele Grüße von Dr. Lutz Trümper. Tut mir leid, vielleicht kriegen wir das auf dem anderen Weg geregelt, dass er vielleicht noch mal ein kleines Video schickt für die Kollegen der Station von Christoph 36. Ich weiß auch nicht, wir hatten, es hat sich auch noch jemand angekündigt, die ja die Station, die es ja seit wann schon gibt, Marco? Die Station gibt es schon jetzt seit 29 Jahren. Nächstes Jahr gibt es 30 Jahre, den Christoph 36 in Magdeburg. 1992. Da fällt mir natürlich sofort ein, Olympische Spiele, Barcelona. Ja, leider ist der Herr P. Laikes, das ist unser Stabstellenleiter für den Bereich Partnermanagement. Der kommt leider auch nicht rein in dieses Tool. Das tut uns total leid. Vielleicht klappt es gleich noch. Wir haben noch zahlreiche Fragen. Marco, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, du seist leise und schlecht zu verstehen. Da kann ich gar nicht mitreden, weil ich verstehe dich super. Guck mal hier, wir haben sogar Grüße aus Belgien. Wow. Thank you very much. Ja. Und Armin hat noch eine Frage. Eine kurze Frage bezüglich der Fleet. Müssen die Piloten, die auf der 135 fliegen, pauschal auch auf die A145 umgeschult werden? Nein, weil die A145 ist ein ganz anderer Hubschrauber als die A135. Die A135 ist ein Airbus, also ein EC135 T3H, so heißt sie tatsächlich. Und die A145 ist ja aus der BK117 Reihe. Und eigentlich im Prinzip ein ganz anderer Hubschrauber, den darf ich so nicht fliegen. Der hat zwar das absolut selbe Cockpit und es ist genau völlig identisch da vorne im Cockpit drin, bis auf den Pitch. Ich glaube zumindest, ich bin ja noch nie geflogen, weil ich sie nicht fliegen darf. Aber es ist halt ein ganz anderer Hubschrauber. Und wenn ich den fliegen wollen würde, dann müsste ich schon ganz schön umschulen. Nein, Also das geht so nicht. So, und wir sind nicht mehr alleine. Hallo. Wunderschönen guten Abend, diese blöde Technik. Ja, ich habe ja verleicht es. Das hat ja unser Oberbürgermeister dann auch schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das müssen wir vielleicht im Nachgang dann nochmal klären, wie wir so etwas das nächste Mal vermeiden können. Aber es ist halt live. Aber schön, dass Sie es jetzt geschafft haben. Absolut. Mein Gruß in die Runde. Ja, das heißt, ich hatte einen Sicherheitshaken drin und den hat die IT, musste den erst rausnehmen, bevor ich überhaupt Zugriff bekommen habe. Sorry, aber that's live. Sicherheit geht vor. Absolut. Das war ja ganz kurz meine Frage. Hören Sie mich laut und deutlich, weil gerade gesagt wurde, ich wäre leise zu verstehen? Also ich höre Sie auf dem Headset. Absolut top. Ich hoffe, Sie können mich auch verstehen. Also keine, keine Verständigungsprobleme. Prima. Wunderbar. Dann bist du mal. Das muss das Problem eines Einzelnen sein, wahrscheinlich, dass ich da so leise ankomme. Ich höre Sie klar und deutlich. Okay. Wunderbar. Herr Pelaikis, Sie waren ja nicht immer Stabstellenleiter, Partnermanagement, sondern sind selber MSTC und sind in Magdeburg sogar geflogen. Also Sie kennen die Station von Anfang an. Wie war das eigentlich 2006? Das war ja für uns hier in Deutschland ein besonderes Jahr. Die Weltmeisterschaft war von Juni bis Juli. Wie waren denn so, nehmen Sie uns nochmal ein bisschen mit auf eine Zeitreise? Wie waren denn so die Anfänge? Ja, die Anfänge. Ich meine, gut, wir sind ja schon seit 1991, durfte ich schon in Magdeburg fliegen. Gut, wir haben die Ausschreibung gewonnen. Das Sozialministerium hat uns darum gebeten, darauf Wert zu legen, dass die Hempstis, die seinerzeit und auch jetzt wieder von der JOH mitfliegen, auf dem Hubschrauber bleiben, was die DRF zugesandt hat. Und ansonsten war es ein Teamwork, alle Mann miteinander. Jeder hat angefasst. Also ein Gesamtwerk. Alleine schafft man das nicht. Wir haben die Ausschreibung gemacht, aber sie sind dann natürlich auf die Rahmenbedingungen vor Ort angewiesen, auf die Leute, auf die Mitarbeiter, die hoch motiviert waren. Und ja, dann haben wir neben dem Fußball gucken auch die Stationen nebenbei aufgebaut. Wunderbar. Herr Bleiches, ich habe da mal eine Frage. Hat sich das Fliegen damals einen großen Unterschied von dem Fliegen heute? Können Sie das so sagen? Ja. Also denke ich schon. Damals, ich meine gut, die Piloten, die damals, sagen wir so, wir konnten noch fliegende Dinge umsetzen, wo man heute sagt, okay, das geht nicht. Ja, also es war ein anderes Fliegen, weil die Rahmenbedingungen, glaube ich, leichter waren. Die Vorgaben gab es noch nicht so. Und es war noch eine Aufbruchsstimmung. Das hat man auch 2006 noch gemerkt. Nein, also es war eine andere Zeit. Und andererseits war die Technik auch etwas anders. Also wir hatten auch Maschinen, die man richtig fliegen konnte. Heute müssen Sie ja nur reinsetzen, Knöpfchen drücken und fliegen los. Das stimmt, ja. Okay, danke. Herr Bleiches, wie hat man sich das denn vorzustellen, so ein Wechsel, wenn dann eine Organisation wie DF Luftrettung so eine Station übernimmt, dauert das schon eine gewisse Zeit, bis das auch in den Köpfen, sag ich mal, ankommen, so nach dem Motto, Christoph 36 ist jetzt rot-weiß. Es muss ja in der ganzen Rettungskette ja auch funktionieren. Die Leitstellen müssen das wissen. In den Krankenhäusern ist das vielleicht dann auch so eine Sache. Können Sie das mal ein bisschen erklären, bitte? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir A, was die Infrastruktur angeht, das heißt, die komplette Station übernommen haben mit entsprechenden Verträgen. Dann mussten die, unsere Hems-DCs eingewiesen werden auf den Hubschrauber. Also es war auch wieder ein Zusammenspiel vieler Dinge, wo man sagt, man braucht ungefähr drei Monate Vorlaufzeit, um das alles nach Plänen, die es natürlich bei der DRF auch damals schon gab, Einweisungspläne etc. zusammenstellen. Was die Leitstellen angeht, haben wir natürlich, was heute oder im Moment leider nicht geht durch Corona, wir betreuen ja nach wie vor die Leitstellen, haben wir die natürlich eingeladen, Kick-Off gemacht mit den Piloten, mit den Ärzten, mit den Notfallsanitätern, um die Leute einfach abzuholen, um zu sagen, hey, rot-weiß ist genauso gut wie die Kollegen vorher. Die haben die gleiche Arbeit gemacht. Also wir sind jetzt hier und das ist, glaube ich, wichtig, die Menschen abzuholen, also auch jeden Einzelnen die Angst zu nehmen, auch wenn er mal auf den Knopf drückt und der Hubschrauber fliegt dann halt hin und kann wieder abdrehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das hat sich bis heute in meinen 30 Jahren, die ich jetzt dabei sein darf, nicht verändert. Der persönliche Kontakt, die Menschlichkeit, die Akzeptanz, die Wertschätzung ist und bleibt auch heute noch ein wichtiges Thema. Und ansonsten, gut, haben wir Standardsachen, was das Einräumen angeht, die Ausstattung etc. pp. Es war auch eine gute Zusammenarbeit sowohl mit den Trägern, also mit dem Sozialministerium seinerzeit noch mit dem Herrn Wilmer, als auch mit den Kostenträgern. Also rund um drei Monate Vorlaufzeit und alles andere läuft dann wirklich wie ein Uhrwerk, weil jeder weiß, was zu tun ist. Da gibt es auch keine Reibereien. Also es ist, ja, ich kann sagen, die DRF lebt. Wunderbar. Ja, Marco? Ja, man muss natürlich auch wissen, der Herr Pelaig ist natürlich auch ein Urgestein, der DRF wirft heute mit einem riesen Wissen und einem ganz auch breit gestreuten und gefächerten Fachwissen. Ja, das ist schon da. Wie lange sind Sie dabei? Vielleicht ist es seit 35? 1.1.1986. Wahnsinn. Gut, ich habe damals noch beim HSD geflogen, deswegen war ja DRF und HSD sind da jetzt verschmolzen, das heißt, ein großes Unternehmen und ja, Erfahrung ist okay, aber ich lerne auch heute noch von Ihnen und von den jungen Kollegen noch dazu. Also Erfahrung ist gut, aber Kontrolle ist besser. Also man muss auch mal akzeptieren, wenn die neuen Kollegen kommen oder Jüngere und sagen, wir möchten das mal anders machen. Also die Einstellung, das haben wir damals schon gemacht, zählt heute nicht mehr, sondern da muss man auf die Kollegen eingehen und da, ja, zuhören und auch mal sagen, okay, wenn der jüngere Kollege etwas sagt, hast du recht, dann machen wir es so. Herr Pelaig, Sie haben vorhin verraten, dass Sie auch einen ganz persönlichen Bezug zu der schönen Stadt Maxiburg haben. Ja, sagen wir. Das gilt nicht. Also ich habe, als wir 91 begonnen haben, in Sachsen-Anhalt zu fliegen, war ich der leitende Notfallsanitäter und durfte dann auch den Dienstplan machen und wie man weiß, werden die Frauen in Sachsen-Anhalt gebaut und ab dort meine Frau kennengelernte Ärztin ist und wir sind heute noch zusammen, ja, und wir durften dann in Sachsen-Anhalt unsere gemeinsame Zeit nicht nur am Boden und in der Familie verbringen, sondern auch im Hubschrauber. Das ist eine tolle Zeit und ich habe heute noch Verbindungen und ich muss sagen, die Zeit in den neuen Bundesländern, wenn ich das so sagen darf, der Beginn, die hat mich geformt und hat mir unheimlich viel, viel Erfahrung gebracht und die möchte ich nicht mehr missen. Also auch jetzt noch, nach so vielen Jahren, über 25 Jahren, ja, ist es was Besonderes und die Freundschaften sind da und man sieht sich und auch wenn man, wie Sie sagen, wenn ich jetzt Leiter, Stabsstelle, Partnermanagement bin, ist es, glaube ich, wichtig, wenn man auf die Station kommt, die Leute abzuholen und sich dann auch mit denen mal hinzusetzen, mal ein Bier zu trinken und mal so wie jetzt auch normal im Podoshirt hier zu sitzen und ich zu sein. Ja, vor allem, das merkt man ja auch, Sie haben es ja eben gesagt, Teamarbeit, das betrifft ja nicht nur diese Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren dabei und das spürt man halt, dass immer wieder betont wird, ohne den bodengebundenen Rettungsdienst, ohne Feuerwehr, ohne Polizei wird das alles nicht funktionieren und das finde ich halt auch super, dass das immer wieder betont wird, ja, dass man nicht das Gefühl hat, wir sind was Besonderes, weil wir mit einem besonders tollen Gerät unterwegs sind. Nein, das ist das A und O und das kommuniziere oder predige auch meinen Mitarbeitern, predige es vermisst, ja doch, kann man schon so sagen, dass es halt wichtig ist, dass wir ein Team sind, also A auf dem Hubschrauber, die Besatzung, aber auch die Rettungskräfte vor Ort, die uns einweisen, die uns unterstützen, die helfen, die uns darauf aufmerksam machen, ohne die geht es auch nicht, also das ist praktisch eine, ich nenne es kleine Familie, die halt zusammenarbeitet und das merkt man auch auf den Stationen, wenn dort, ich hoffe, es kommt bald wieder, solche sogenannten Hangar-Veranstaltungen sind, dass man sich da einfach näher kommt, dass die Leute auch Interesse haben, also es ist ein besonderer Schlag Menschen. Okay. Ich kann nicht nur beipflichten und das ist einfach, das ist wie ein Zahnraub, das aneinander arbeitet, ja, also wir sind nichts ohne die Leute, die da unten mit uns zusammenarbeiten, ob das so ein Rettungsdienst ist, ob das THW ist, ob das die Freiwillige Feuerwehr ist, ob das die Berufsfeuerwehr ist, ob das die Flizisten sind, ich meine, da gibt es... Absolut. Das Krankenhaus, die Zentrale Notaufnahme, wo wir die Patienten oder wo wir viele Patienten auch hinbringen, all das spielt da zusammen. Wenn da nicht jeder mit jedem zusammenarbeiten würde und jeden auch respektieren würde, also nicht nur wir, sie, sondern sie auch uns, dann würde das ein Chaos geben, ja, und das ist ja nicht zum Wohl des Patienten, aber Gott sei Dank ist es überhaupt nicht so, also das läuft alles reibungslos und jeder arbeitet da zusammen und jeder will das für den anderen das Beste und das ist eigentlich genau das, was er vielleicht jetzt gerade sagt, das macht auch irgendwie unseren Job aus, ja, das ist total schön. Also da kann man echt nur sagen, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle, ich meine, das sagen wir oft genug, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, alle da draußen hier uns unterstützen und selbst so Heli-Spotter, die dann ankommen und wirklich ganz, was du jetzt brav würdest, würde ich nicht sagen, aber die warten jetzt mal ab, bis du, die machen ein Foto vom Landen, sobald der Patient ankommen würde, würden die nie fotografieren und ich meine, das sind auch Leute, die einfach ihre Freizeit opfern und das fotografieren und das sind auch so, so jetzt am Rand, die haben wir sowas gesagt, das ist einfach ganz, ganz toll und sie sagt, da kann ich ja vielleicht jetzt nur beipflichten, also ohne die wären wir nicht, definitiv nicht mehr. Nein, und man muss es auch leben, genau wie Herr Muffert gesagt hat, wir sind zwar die Engel, die vom Himmel kommen, aber es geht halt nicht zusammen und gerade dann, wenn man weiß, es ist schwerer Verkehrsunfall, Polytrauma, das Auto hat sich überschlagen, das muss freigeschnitten werden und und und, Hand in Hand und da fragt auch keiner, Moment mal, was machst du, was mache ich, sondern die Leute arbeiten und das verkennen viele, gerade vor Ort, bei unseren 29 Stationen, die wir haben, jede Region ist individuell für sich, hat ihren eigenen Bereich und auch individuelle Menschen und individuelle Partner und da muss man auch drauf eingehen, also es gibt da keine, keine, wie soll ich sagen, Formel, die man drüberlegt, sondern vor Ort, die Station lebt, das muss man auch sagen, mit den Leuten vor Ort und auch mit den Partnern. Herr Pelleik, es kommt gerade eine Frage für Sie rein, das finde ich sehr interessant, wann war Ihr letzter Flug und wie war das? Oh ja, mein letzter Flug, gute Frage, nächste Frage, als, also mein letzter Flug war in Bad Sao, das weiß ich noch wie heute, dort durfte ich als, als dritter Mann mitfliegen, weil wir eine neue Maschine bekommen haben und das, ich weiß es noch so, wir mussten in einen kleinen Ort, sind auf einem kleinen Marktplatz gelandet, mussten in einen Friseursalon, wo eine junge, bildhübsche Patientin im Stuhl saß und war am Zittern, wahrscheinlich durch die Dauerwelle und die haben wir dann wirklich, da ging es dann wirklich sehr, sehr schlecht, die haben wir dann medizinisch versorgt und haben sie dann zurückgeflogen, das war ein Highlight oder ein Highlight war auch ein Flug nach Terro Molinos, also nach Spanien, wo wir dann mit dem Flugzeug, mit der Fläche, also ich durfte auf Fläche mitfliegen, dann Patienten nach Deutschland geholt haben, also der letzte Flug, wie gesagt, Bad Sao, ich vermisse es nach wie vor, auch wenn man jetzt in einem gewissen Alter ist, am liebsten würde ich jetzt manchmal den Bleistift hinlegen, auf die Station gehen, sagen, Haller, Herr Grammer, hier bin ich, ich habe Brötchen mitgebracht, ich habe Frühstück mitgebracht, was wir auch tun, auf der Station mit den Leuten frühstücken, sagen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich ein Teil von euch und dann, ja, wieder mal mitfliegen, ich denke, ich würde es auch wieder, wenn es wieder möglich ist, auch wieder machen, also der letzte Flug, Bad Sao war ein Traum, jede unserer Stationen hat ihre Besonderheiten und es gibt so Lieblingsstationen, da gehört Bad Sao dazu, Halle dazu, Magdeburg, weil ich sie mit aufgebaut habe und auch oben im Bereich Greifswald ist auch schön, also das eine ist ja, dass wir den Patienten behandeln und das andere ist natürlich auch, und dass man auch das nutzt, wenn man auf dem Rückflug ist, einfach, ja, die Faszination vom Fliegen. Ja, einfach wieder runterfahren, ne, nach dem Einsatz, wieder runterfahren, das hilft dem Fliegen natürlich ungemeiner, das stimmt, ja. Ja, und auch das Team, ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen, wenn man dann, was ich vorne als Sani, kann ich ja vorne links, ich sage mal Sani noch vorne links mitfliegen, navigieren, machen, tun, es ist faszinierend und ich bin mit meinen über 35 Jahren, wenn sie mich heute Nacht wecken und sagen, wir haben einen Flug, dann stehe ich auf und komme mit. Ich fliege auch seit über 30 Jahren und ich fliege noch total gerne, jeder Tag, den ich zu meiner Station oder der Luftreffung kommen kann, da freue ich mich wie ein kleines Kind, auch nicht weiter. Ja, aber das ist schön, solche Menschen, solche Leute brauchen wir, Führungskräfte, sie sind Führungskraft, sie sind verantwortlich für die Station, die müssen diesen, diesen Splien im Kopf haben, so wie ich das sage, die müssen der verrückt sein oder verrückt für die Luftrettung und das sind wir, glaube ich, alle drei, so wie wir uns hier im Bild sehen. Hier kommt noch eine weitere Frage, ich bin mir nicht ganz genau sicher, ob das tatsächlich so war, dass ihr schon mal jemanden mitgenommen habt, ob es da vielleicht um Hospitation geht oder eventuell, heute gibt es ja auch die Möglichkeit, das vielleicht mal anhand eines Tutorials zu erklären, so ein paar technische Details im Cockpit. Marco, wer sowas vielleicht denkt dann? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Frage dann zieht, ob wir mal wieder Besuch auf der Station haben dürfen und dann haben wir natürlich selbstverständlich, wenn mal jemand herkam, durfte sich ins Cockpit reinsetzen und wir haben ihm ein paar Fragen erklärt, wenn da das Interesse da war, sobald dieses Corona-Zeug im Griff ist und wir alle durchgeimpft sind und die Gefahr nicht mehr so groß ist, dass man sich irgendwie anstecken könnte, na klar, dann geht es wieder los, dann können die Leute wieder zur Station kommen, können sich anmelden und dann dürfen wir auch selbstverständlich einen Hubschrauber rein und sich den Hubschrauber anschauen und wir erklären total gerne. Ja, wer eure Station nicht kennt, ich kann mal kurz ein paar Sequenzen zeigen, die kommen netterweise von dir, vielleicht bist du so lieb und sagst mal was da. nein, treffe ich dich nicht mehr für dich, so rum. Vielen Dank. Und okay, dann wären wir zum Raum vom Pilot reingekommen. Ja, das tut mir furchtbar leid, aber dieses Tool erlaubt nicht, dass du über die bewegten Bilder sprichst. Das ist mir selber erst aufgefallen, als sie liefen. Also letztendlich war das halt mal ein kurzer Gang durch eure Station. Okay, das heißt, man hat mich jetzt nicht gehört, na Gott sei Dank. Nein, leider nicht. Es tut mir leid. Die Bilder waren beeindruckend. Ja, das kann ich dir vorstellen. Also gut, kurz erklärt war das, man kam rein, das war das Büro gleich am Anfang, wo dann der Arzt gerade am Computer saß. Daneben war der Aufenthaltsraum. Da habe ich gesagt, da sitzen wir einfach mal drin, wenn wir vom Einsatz wiederkommen, einfach mal zum Entspannen oder auch um den Einsatz nochmal nachzubesprechen. Und zwar, Mensch, so ist es gelaufen und fühlt man sich immer noch wohl, weil vielleicht gerade ein Kind gerettet worden ist, was ertrunken war vorher. Das möchte man ja doch mit dem Team nochmal besprechen. Und dafür ist dieser Raum ideal. Da nehmen wir eine kleine Küchenzeile. Man hat auch mal Hunger und man möchte auch mal was essen. Dann wird ja was Kleines zubereitet, was man auch schnell wieder ausmachen kann, wenn der nächste Einsatz kommt. Danach hat man den Sozialtrakt gesehen mit dem Medizinraum und da hinten war dann das Pilotenzimmer und das Zimmer vom Hempstisi. Wenn mal Leute fremd kommen, die nicht im Magdeburg wohnen oder es wird ganz, ganz spät, dass man sagt, ich schlafe jetzt hier auf der Station, hat man halt drei Räume, wo der Arzt, der Hempstisi oder die Ärztin und der Pilot dann schlafen kann. Okay, vielen Dank. Der Florian möchte wissen, wie viele Piloten ihr habt an der Station. An der Station sind immer, also an einer Tagstation, die also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fliegt, sind immer drei Piloten da, die sich dann die 365 Tage im Jahr teilen. Alles klar. Und ich habe da auch noch eine Frage gesehen, man müsste ja echt mal wieder hochscrollen, da sind ja so viele Fragen, die da kommen. Da ist der Tim Neumann, der schreibt hier, ich bin zwölf und habe Angst, dass ich nicht irgendwann bei der DF als Pilot genommen werde, Herr Palaikis. Ja, also lieber Tim, hab keine Angst erst mal, sieh zu, dass du in der Schule schon aufpasst, sieh zu, dass du im Englischen hatte und ganz, ganz toll deine Hausaufgaben machst und auf jeden Fall will ich ganz fleißig dabei bist, gute Noten schreibst. Und dann steht dir die Welt auch offen, dann kannst du einfach so einen Schein machen oder gehst vielleicht auch zur Bundeswehr und wirst dort einen Schein erwerben und dann musst du einfach das Ziel haben, zu der Fluchtrettung zu kommen, was eine ganz, ganz tolle Arbeitgeber ist. Das kann ich dir wirklich sagen. Du siehst ja, der Herr Palaikis ist schon seit 35 Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dabei. Ja. Du bist immer noch dabei, das muss was heißen. Aber noch kein Pilot, also ordentlich lernen, Tim, und dann schaffst du das schon. Wir haben eine eigene Akademie, wo wir auch die Leute vom Fußgänger bis zum Piloten eventuell ausbilden, wenn alles stimmt, wenn die Noten stimmen. Also ich kann nur sagen, mit zwölf bist du noch am Anfang deiner Laufbahn. Also schön hartig Schule machen und der Rest kommt automatisch. Marco, was die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sehen, du bist auch Schlagzeuger. Also und Schlagzeuger haben besondere Koordinationsfähigkeiten. Das weiß ich deswegen, weil ich es nicht kann. Aber mein kleiner Sohn hat Schlagzeug gespielt und leider aufgegeben. Also um mal jemandem wie Tim so ein paar Tipps zu geben. Gibt es, sage ich mal, Koordinationsübungen, vielleicht Jonglieren oder sowas, wo man sagen kann, man muss es ja nicht auf Krampf machen. Aber das sind Sachen, die sich tatsächlich lohnen, weil man das später einfach braucht, wenn man in diesem Job landen möchte. Ja, also ich glaube, erstmal hilft dir will ich, wenn du einfach ein fleißiger Mensch bist und in der Schule echt gut aufpasst und deine Sachen ablieferst. Und dann, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, dass im Internet machen wir hier einen Flugsimulator zum Beispiel. Das ist eine ideale Möglichkeit, den auf dem Computer zu installieren und einfach dort schon mal ein bisschen zu fliegen und die Instrumente schon mal sich anzuschauen und vielleicht auch mal zu versuchen, gleichzeitig die Höhe zu halten und die Geschwindigkeit zu halten. Und einfach, das ist ja auch schon ein multiples Abfragen von Fähigkeiten. Ich glaube, damit kann man ganz gut lernen, wenn man sowas macht. So einen kleinen Flugsimulator einfach sich installieren, kaufen oder schenken lassen und da ein bisschen mit arbeiten. Ich glaube, das hilft ungemein. Okay. Danke, Herr Pelaikis. Das klang vorhin so ein bisschen so, als wäre es noch eine Sehnsucht. Haben Sie sowas zu Hause, so einen Flugsimulator für den Rechner? Nein, also das mache ich nicht. Wenn ich fliegen möchte, dann gehe ich wirklich zur Station und setze mich zu den Kollegen entweder nach hinten in die Kabine oder ins Cockpit. Aber das ist so. Ich gehöre auch zu der Generation, die sagt, wenn ich fliegen möchte, dann steige ich in den Hubschrauber ein. Verstehe ich, ja. Und ich habe die Chance, ich habe die Chance. Das ist halt der Vorteil. Ja, ja, klar. Okay, ich würde jetzt gerne mal Dienstaufsicht machen. Genau. Hier gibt es eine Frage von Sandra, die möchte wissen, wie es ist, wenn ihr euren Patienten im Klinikum abgegeben habt und dann der nächste Einsatz kommt. Fliegt ihr dann direkt dorthin? Ich denke so an Reinigen und Desinfizieren. Wie funktioniert das? Ja, das finde ich so eine gute Frage. Schön, dass sowas so komplex gestellt wird und gefragt wird. Also wenn wir einen Patienten in der Klinik abgegeben haben und wir sind, also eigentlich fängt der Pilot, wenn er mit runterkommt und der Patient ist dann schon im Schockraum drin. Da fange ich zum Beispiel schon mal an, dass ich die Trage schon mal desinfiziere im Krankenhaus bereits, also unsere Trage, die wir Hubtrauber haben. Ich fange an, das EKG schon mal zu reinigen. Die Manschette wird wieder von mir gereinigt. Also all das sind Sachen, die dann schon mal wieder, ich will nicht sagen steril, aber hygienisch behandelt sind, sodass sie auf jeden Fall bereit sind für die nächsten Patienten. Und das meiste bei uns ist ja auch Einweg. Das weiß der Belag ist auch sehr gut. Wir arbeiten ganz viel mit Einwegmaterialien. Das heißt, die werden im Krankenhaus gelassen und der Hubschrauber ist damit einsatzbereit. Es würde jetzt anders aussehen beim schweren Verkehrsunfall, wo vielleicht ein Mensch sehr stark geblutet hat und es würde jetzt in den Hubschrauber reinlaufen. Genau, dann wäre so ein Fall, wo wir tatsächlich dann sagen müssen, jetzt muss Hubschrauber auch desinfiziert werden, aber das passiert äußerst selten. Insofern sind wir tatsächlich, wenn wir aus dem Krankenhaus rauskommen, ist eigentlich alles wieder sauber, was sauber sein muss. Also nicht nur sauber, sondern auch hygienisch desinfiziert und steril. Und wir können gleich wieder weiterfliegen. Das heißt, von den Einweg-Sachen haben wir das mehrfach an Bord, dass wir so drei, vier, fünf Einsätze hintereinander abdecken können. Also das ist immer gewährleistet, dass wir nach dem Abgeben des Patienten eigentlich gleich weiterfliegen können. Hassan möchte wissen, wie lange braucht ihr vom Alarm bis zum Ausrücken? Zwei Minuten. Also innerhalb von 120 Sekunden, wenn der Alarm geklingelt hat, sind wir in der Luft und fliegen los. Das geht ganz, ganz schnell. Der Alarm kommt, der Pilot guckt nur ganz kurz, wo es hingeht, wenn er das nicht weiß, den Ort. Das kann ja angehen, dass auch wir irgendwo hinfliegen, wo wir uns nicht ganz so gut auskennen. Dann schaue ich kurz auf die Karte. Das dauert 10, 20 Sekunden, dann bin ich draußen im Hubschrauber, lasse den Hubschrauber schon an. In der Zeit schaut der Notfall dann nicht wieder genau hin, wo wir hin müssen, geht nochmal über ein Tool, das nennt sich Rescue Track. Dann schaut da rein, wo ist denn der Landeplatz, wie sieht der aus? Der Notarzt, der steht auch schon im Hubschrauber überwacht, das anlassende Triebwerk ist und da kommt der Helm-CC rein und wir fliegen los. Das Ganze dauert ungefähr, ja was heißt ungefähr, das Ganze dauert 120 Sekunden, dann sind wir in der Luft. Aber man kann glaube ich mal mit so einer Art Mythos aufräumen, was ja eher an Spielfilme erinnert, ihr joggt nicht, ihr rennt nicht zur Maschine, richtig? Genau, also da ist tatsächlich die Gefahr viel zu groß, dass man die große Hubschrauber hält. Wir haben in Faktenburg eine Plattform, auf der der Hubschrauber steht, die ist auch schon, sagen wir mal so 60, 70 Cent wieder hoch. Wenn ich mir das vorstelle, ich würde hinrennen und mache so einen heldenhaften Satz auf den Hubschrauber und verhacke mich mein Bein an der Plattform und lege mich hin. Erstmal wäre das wahrscheinlich eine große Lache für alle anderen, aber das ist viel zu gefährlich. Und die Zeit nehmen wir uns tatsächlich, wir rennen auch nicht vom Hubschrauber zu einem Einsatzort, auch das machen wir nicht, weil die Gefahr wirklich viel zu groß ist, dass man sich dort irgendwie verletzen könnte. Und es hilft auch keinem Patienten, wenn man da völlig verschnauft und völlig verschwitzt und außer Atem ankommt und sich vielleicht auch tatsächlich das Bein verstaucht hat oder den Fuß verstaucht hat. Das hilft keinem was. Lieber ruhig und schnellen Schrittes, aber dorthin gehen, das heißt ja nicht, dass wir uns ja Zeit lassen. Also wir sind schon jemand, der da auch relativ zügig hingeht. Aber wir fangen nicht das Rennen an. Nein, nein, das sieht man nur in den Filmen. Herr Peleikes, wir haben eine Frage für Sie. Kann man auch ohne Abitur auf dem Rettungshubschrauber arbeiten als Notfallsanitäter? Ja, kann man. Wenn man die entsprechende Qualifikation hat, ich sage immer, es nützt nichts, wenn ich einen Master habe und das steht nur auf dem Blatt Papier, sondern ich denke mal, was wichtig ist, die praktische Ausbildung, die kann man auch ohne Abitur schaffen und man kann sich dann auch weiterhin fortbilden, aber Notfallsanitäter sehe ich überhaupt kein Problem. Und ich meine, wenn man überlegt, wo kommt denn ein Großteil und gerade in Magdeburg der Leute her, die kommen von der Johanniter Unfallhilfe, die unseren Hubschrauber besetzen, die haben ganz normal angefangen als Rettungsassistent, Rettungssanitäter und haben dann entsprechend ihre Qualifikation gemacht. Also keine Angst haben, wichtig ist, dass man Blut sehen kann. Wenn man kein Blut sehen kann, ist es schlecht, aber ansonsten nicht irritieren lassen. Einstieg entweder bei der DF direkt, wir haben Assessment Center, wo man sich bewerben kann, absolut okay. Oder aber eine Hilfsorganisation, also möglich. Und wichtig ist der Mensch. Ich sage immer, der Mensch und hier, das muss stimmen, dass er die Qualifikation mitbringt, glauben wir auch, das Verständnis von Patienten, alles andere kann man lernen. Das ist wie beim Piloten, wenn er hier oben vernünftig ist und hier, dann passt das. Bestes Beispiel sitzt es hier vor uns, Herr Krabbel. Jetzt live, das ist so. Haben Sie vollkommen recht. Und wie gesagt, so ein Mensch muss ins Teams passen. Es nützt uns nichts, einer, der super schlau ist und ein IQ von 180 hat von mir aus. Er muss ins Team passen, er muss teamfähig sein, er muss für sein Team stehen. Und da muss, ich habe es ja schon mal gesagt, wie ein Zahnrad, da muss jeder ineinander greifen. Absolut. Genau, das ist völlig egal, ob der nur eine Realschule hat. Was weiß ich, Hauptschule oder Abitur hat, ja. Natürlich muss man vom Fachwissen komplett da sein. Also wir brauchen keine Leute, die ein Halbwissen haben, ja. Nein, aber wenn Sie einen guten Mentor haben, absolut okay. Ich meine, jeder macht da was. Es gibt ein Klinikpraktikum, es gibt ein Praktikum im Unternehmen. Man kann hospitieren, man hat immer jemanden an der Seite. Und wenn man da einen guten Mentor hat, den hatte ich auch. Der nimmt einen mit, der lässt einen auch Dinge machen. Nicht nur, ich mache das selber, sondern er lässt einen auch machen unter Aufsicht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da haben wir in der DRF ausreichend gute, qualifizierte Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen, die genau das machen. Und deswegen sind wir so groß geworden. 29 Stationen haben viele Mitarbeiter und immer noch sehr viele Interessenten, die drauf wollen. Manchmal haben wir mehr Bewerbung, als wir Stellen besetzen können. Aber dann muss man, wie er gar nicht sagt, einfach einen Test machen und gucken, dass man sich den raussucht. Wie zum Beispiel der Tim, der dann vielleicht in zehn Jahren sagt, ich habe jetzt Lust und dann ist er dabei. Ja, an der Stelle, Tim möchte schon ganz lange wissen, was man als Pilot verdient. Ich habe ihn mal eben geschrieben, sein Verständnis zu beten, dass das an dieser Stelle hier nicht thematisiert wird. Wie heißt das denn schön? Über Geld spricht man nicht. Nein, das hat man nicht. Das hat man nicht am Hungertuch und ist garantiert auch ein besserer Verdiener. Aber ja, wie gesagt, also ich finde jetzt über Geld zu reden, das würde ich... Nee, aber ich glaube, das hat ja auch was ganz anderes, oder? Es ist ja in jedem Job so, aus meiner Sicht, dass das Geld niemals das Motiv, also niemals der Antreiber sein kann. Absolut, genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich war ja vorher bei der Bundeswehr, war Berufssoldat und habe wirklich ein gutes Eingang gehabt mit einer Fluglehrerzulage und einer der Stellenzulage. Und ich habe damals gekündigt und bin in die freie Wirtschaft reingegangen, auf nach Kanada ausgewandert. Und dadurch habe ich deutlich weniger verdient. Aber es muss einfach... Wie hat Herr Bleich das so schön gemacht hier? Man muss es einfach im Herzen spüren und dafür da sein. Und da ist es eigentlich völlig egal, was man verdient. Das ist genau wie ein MCC, ja? Das ist einfach, geh rein, mach deinen Job und da letztendlich ist es doch wirklich egal. Solange du im Herzen wirklich bist und dich total wohlfühlt für den Job, ist doch Geld wirklich... Also eigentlich eine Zweitrange, wie kann ich es nicht sagen, aber es spielt eine kleine Rolle. Sie haben es gut gesagt, Herr Krammer. Ich meine, man geht ja meistens, gehen die jungen Piloten halt irgendwo ins Ausland, um dort Flugerfahrungen zu sammeln. Ob sie Filme, Fotoflüge machen, Karibik, Grand Canyon, was weiß ich. Und kommen dann zurück, so wie sie auch, und sagen, okay, ich möchte jetzt in ein Unternehmen, was mir für die Zukunft etwas bietet. Was mir die Sicherheit bietet, wo ich gute Maschinen habe oder die neuesten Maschinen, wo ich eine Top-Qualifikation habe. Ich kann in den Simulator gehen. Und das ist, glaube ich, und dann passt auch das Gesamtbild, was die Vergütung angeht. Absolut, genau. Richtig. Bin ich total bei Ihnen. Und gerade da, dass die DR Flucht hat, in meinen Augen wirklich ein super toller Arbeitgeber. Mit super tollen Maschinen sind einfach von der Technik her auch wirklich das Neueste vom Neuesten drin. Neueste Stand, absolut, ja. Und auch medizinisch gesehen, da sind wir auf so einem hohen Standard. Und ich wäre verrückt, wenn ich sagen würde, ich würde da nicht gerne arbeiten. Das würde ich an der Stelle gerne. Und ich muss noch dazu sagen, wir haben in Magdeburg als allererste Station die neue H-135 bekommen. Wir waren die erste Station, die diesen Hufschrauber fliegen durfte, die EC-135 T3H. Die war zur Erste Magdeburg. Ja, da kann man auch stolz drauf sein. Das sind natürlich genau solche Dinge, dass man sagt, okay, wo stellt man die Maschine hin? Magdeburg passt vom Land her, von den Einsätzen her, vom Einsatzportfolio. Und ja, haben sie alles richtig gemacht. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Die Frage kam nicht heute Abend, die kam schon vorab. Es möchte nämlich jemand wissen, wie lange ihr braucht von Magdeburg bis an den Brocken. Wie lange dauert das? Weil hin und wieder fliegt ihr ja tatsächlich bis in den Harz. Ja, da muss ich jetzt echt überlegen. Zum Brocken würde ich sagen, da fliegen wir so 16, 17 Minuten, glaube ich, fliegen wir hin. Also wir sprechen von der Spitze oben drauf, also oben drauf auf dem Brockenplateau. Tippe ich mal so 15, 16 Minuten sind wir da. Okay. Aber jetzt steige ich mich nicht, wenn es zwei Minuten länger sind oder eine Minute kürzer. Ja, vielleicht darf ich ja beim nächsten Mal mitfliegen und stoppe dann. Und dann liefern wir die Antworten nach. Es gibt noch eine konkrete Frage zu Christoph36. Ob ihr auch in der Nacht fliegen? Ihr könnt ja, aber ihr dürft nicht. Und das war eine weitere Frage, ob es wohl möglich, irgendwann mal perspektivisch, ob die Station zu 24-Stunden-Station ausgebaut werden könnte. Ja, da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Natürlich können wir nachts fliegen. Ja, aber ich habe doch gesagt, ihr könntet schon. Ja, wir dürfen auch, weil du sagst, wir dürfen nicht. Wir dürfen auch nachts fliegen, klar. Unter bestimmten Voraussetzungen. Also da muss man jetzt auch ein bisschen ausholen von den Vorschriften her, die uns da natürlich ein bisschen einschneiden. Also mit einem Piloten, mit einem einzigen Piloten an Bord. Also daneben sitzt ja der MCC, hat ja vielleicht schon gesagt, den sitzt ja Notarzt wie Notärztin. Und dann darf ich fliegen, wenn ich noch bei Tageslicht am Einsatzort landen kann. Danach kann ich nachts zum Krankenhaus fliegen mit dem Patienten. Ich kann nachts auch wieder zurückfliegen als alleiniger Pilot mit dem MCC neben mir. Das ist das, was uns eigentlich einschränkt. Für alle anderen Flüge, geplante Nachtflüge, braucht man zwei Piloten. Und das hat eine Tagstation nicht. Die Tagstation hat nur einen Piloten. Aber ich kann nachts fliegen, ich darf nachts fliegen. Und wir fliegen auch ab und zu nachts. Aber halt nur noch vom Einsatzort zurück oder zum Krankenhaus noch, wenn es ein Spezialknie war, fahren wir aus Verbrennung nach Berlin. Und dann fliegen wir nachts von Berlin zurück nach Magdeburg. Das machen wir mit einem Piloten und das dürfen wir auch rechtlich gesehen. Aber ich dürfte jetzt nicht noch einen Einsatz annehmen, das dürfte ich nicht. Das wäre dann ein geplanter Nachtflug und den darf ich nicht machen. Insofern, ja, wir können und wir dürfen auch nachts fliegen. Wir sind auch alle ausgebildet im Nachtflug. Und jeder Pilot der DR Fluchtwettung kann nachts fliegen. Vielleicht kann ich das noch ergänzen, die Frage, so wie ich es verstanden habe. Christoph kann ja in der Nacht fliegen. Also in der Regel liegt ja der Träger, also das Innenministerium, fest, zu welchem Zeitpunkt der Hubschrauber eingesetzt wird. Beispiel Halle fliegt einer 24 Stunden. Und natürlich kann es sein, irgendwann die Genehmigungen sind nur auf eine gewisse Zeit, also sechs Jahre begrenzt. Danach wird wieder neu ausgeschrieben, wird wieder neu die Rahmenbedingungen festgelegt. Und natürlich kann es sein, dass wenn der Träger dann über ein Gutachten, was gerade aktuell deutschlandweit überall erstellt wird, wie sieht die Situation aus, Boden, Luft gebunden, dann kann es durchaus sein, dass der Träger sich dafür entscheidet und sagt, okay, ich möchte, dass Magdeburg 24 Stunden fliegt. Dann würde er eine Ausschreibung machen. Dann kann sich dann jeder und auch die DF dann wieder bewerben. Ja, das ist, glaube ich, Fettingen-Schwenningen, glaube ich, ein gutes Beispiel, vielleicht ist, wo eine Nachstation geworden ist oder eine 24-Stunden-Station geworden ist. Aber das passiert schon, das ist recht genau, stimmt, ein guter Einwand. Oder die Krankenkassen. Ich meine, letztendlich soll der Träger bestimmt, was passiert, und die Kassen müssen es bezahlen. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, okay, mach das hin, gerade jetzt, wo die Klinikstruktur sich verändert. Kliniken werden geschlossen. Wir haben nur noch Spezialzentren, wo die Patienten hingehen. Die Wege werden länger und und und. Und ich meine, der Notfall hört in der Nacht nicht auf, sondern in der Nacht muss dann quasi jeder Patient auch das gleiche Recht haben wie am Tag. Also wenn was ist, kommt der Hubschrauber auch. Aber da bedarf es natürlich auch, wie Sie sagen, Qualifikationen, Ausbildung etc. pp. Aber grundsätzlich ist sowas möglich und wir sind auch in der Lage dazu, wenn uns jemand auffordert, das mit einer gewissen Vorlaufzeit auch sicherzustellen. Wir haben hier noch eine Frage, die passt, sage ich mal, im weiteren Sinne. Da geht es nämlich um das Thema Wetter. Was ist, wenn ihr zum Beispiel einen Einsatz, ich denke mal, dass das das Herzzentrum Leipzig habt und dann das Wetter beim Rückweg zu schlecht wird, zum Beispiel ein Gewitter aufzieht, müsst ihr dann warten? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir losfliegen oder wie immer länger stehen, dass der Pilot natürlich auch eine Wetter, erst mal er beobachtet das Wetter so ständig, dass wir uns dann eine Wetterberatung einholen, wenn wir merken, Mensch, da könnte vielleicht Gewitter im Anzug sein, da könnte Gewitter kommen. Wir machen morgens unser Wetterbriefing, wir informieren uns, wie das Wetter sich im Laufe des Tages entwickeln wird. Das kann manchmal stimmen und das kann manchmal auch nicht stimmen. Deswegen müssen wir das Wetter immer im Auge behalten. Soll das wirklich tatsächlich, dass sich das Wetter anders entwickelt, als das geplant war und als wie wir das beobachtet haben. Und dann wirklich, wenn ein Gewitter kommt, da können wir auf keinen Fall durchfliegen. Dann müssen wir wirklich entweder den Hubschrauber irgendwo erst mal stehen lassen, warten, bis das Gewitter vorbeizieht und dann fliegen wir weiter. Wenn dann noch ein Patient dabei sein sollte, was in meinen elf Jahren noch nie vorgekommen ist, dann müsste der Patient bodengebunden mit Rettungswagen weitergefahren. Wir haben gesagt, in meinen elf Jahren ist das noch nie vorgekommen, weil wir halt immer ein Auge aufs Wetter haben und immer genau wissen, wie sich das Wetter entwickelt. Habe ich die Frage damit gut beantwortet? Ich finde, ja. Okay, hier ist noch eine interessante Frage. Hat euer Hubschrauber eine Herz-Lungen-Maschine an Bord? Eine Herz-Lungen-Maschine. Naja, also unser, hat natürlich, genau, natürlich keine Antwort. Ich überlege jetzt gerade, ob wir schon mal jemand geflogen sind mit der Herz-Lungen-Maschine. Aber das war ja nicht die Frage. Also nein, natürlich haben wir keine Antwort, weil wir die auch viel zu hoch und zu viel Platz wegnehmen und zu viel Gewicht auch. Aber Herr Pleig, jetzt kann auch vielleicht was zu sagen. Ja, also das ist die sogenannte ECMO, exakorporale Membranen-Oxygenierung. Mittlerweile sind die Maschinen oder diese Gerätschaften so klein, dass für Sie zum Beispiel mit dem Christoph Sachsen-Anhalt, das heißt, man braucht dann auch eine entsprechende Größe und nimmt dann auch ein entsprechendes Team mit. Also neben unserem Team kriegt dann auch ein ECMO-Team mit. Das ist dann möglich, wird auch angemeldet. Also ist möglich, aber eine eigene Maschine macht keinen Sinn, weil Sie dafür auch Spezialisten brauchen, die die bedienen, wie eine Herz-Lungen-Maschine oder wie eine ECMO. Das ist nicht möglich. Also ja, wir können sie transportieren, aber wenn, dann mit einem Spezial-Team und mit einer größeren Maschine. Okay, genau. Ich habe auch nochmal gerade durchgescrollt hier. Konzentrieren, ich habe dir ein bisschen geholfen, weil es sind dann wirklich wieder... Also vielen, vielen Dank bei draußen für eure ganzen Fragen. Das ist echt der Hammer. Wir können wahrscheinlich noch zu dritt hier bis 23 Uhr sitzen. Wir haben nicht alle Fragen beantwortet. Die Andrea zum Beispiel hier, Andrea Melcher schreibt, wie viel Dienst hat man als Pilot im Monat? Das ist eigentlich eine leichte Lösung. Im Sommer fliegen wir vier Tage am Stück und haben dann acht Tage frei, weil wir sind da drei Piloten. Und im günstigsten Fall ist es so, vier Tage fliegt der erste, vier Tage der zweite, vier Tage die dritte. Und dann kann man das ganz einfach rechnen, dass man ungefähr so dann im Sommer auf zehn bis zwölf Dienst im Monat kommt. Im Winter fliegen wir tatsächlich sieben Tage. Also wenn die Sommerzeit vorbei ist, fliegen wir tatsächlich sieben Tage am Stück. Maximal haben wir halt sieben Tage Dienst und meistens kommt es mit den 14 Tagen frei nicht hin, weil dann doch immer jemand Urlaub hat oder Lehrgänge hat. Also die Erfluftheitung macht ja sehr, sehr stark. Wir sind sehr stark eingebunden in Fortbildungen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, da ist immer mal ein Pilot unterwegs oder ein Hempstisi, der dann fortgebildet wird, der in der Fortbildung ist. Und da kommst du mit den 14 Tagen meist nicht hin. Aber da haben wir halt sieben Tage Dienst am Stück und dann eigentlich 14 Tage frei. Die Sandra würde gerne wissen, ob euch das stört, wenn Anwohner im Umkreis Fotos vom Heli machen. Hier in Brandenburg ist es bisher keine Probleme gegeben. Oder ist das eher unerwünscht? Na, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Also ich habe es ja eben schon gesagt, mit den Heli-Spotern kurz angerissen. Wir wissen ja, wie stark so ein Hubschrauber fasziniert in der Bevölkerung. Wie toll das auch jeder findet. Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn. Da landet ein Hubschrauber in meiner unmittelbaren Nähe und ich kann mir diesen Hubschrauber ansehen, was ja sonst nur im Fernsehen zu sehen ist. Und wie gesagt, wir bleiben es auch schon. Das ist ja ein hochmoderner Hubschrauber. Natürlich kann man da Fotos machen. Und wenn es die Zeit erlaubt und kein Patient in der Nähe ist, dann kann man auch mal zum Piloten hingehen und fragen, Mensch, kann ich da mal reinschauen? Und wenn der Pilot nicht gerade unheimlich gestresst ist, weil er gerade andere Sachen zu tun hat, dass er die schon hinzuarbeiten muss, weil der Patient gleich kommt und er muss da irgendwelche Sachen schon mal vorbereiten, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dass man mal näher kommt und auch ein Foto macht vom Hubschrauber. Damit du jetzt mal kurz was trinken kannst, kann ich ja mal so eine Landung zeigen. Wir können wieder nichts sagen. Es sind aber nur ein paar Sekunden. Ja, das ist ein paar Minuten. Genau, das war die gestrige Landung nach einer Verbrühung, nach einem verbrühten Kind, was in der Halle geflogen worden ist. Da kam sie gerade zurück und das habe ich kurz gefilmt. Da ist der Pilot halt aus Halle wieder zurückgelandet an der Station. Wir haben vorhin mal kurz abgesprochen, dass wir auch mal darüber reden und so eine Frage in die Richtung, die kam auch, wie ihr eigentlich damit umgeht, wenn ihr etwas erlebt, was eben nicht so super, also was nicht gut ausgegangen ist. Da gibt es einen Fall, also auch jetzt in der Strecken, jetzt kommt eine kurze Einblendung. Im Oktober vergangenen Jahres ist ein zweijähriger Junge bei euch in Magdeburg ertrunken. Das ist ein Tragische daran. Der war mit seiner Kindergartengruppe unterwegs und ihr wart im Einsatz. Und ich weiß von dir, dass du eben der diensthabende Pilot warst. Wie geht man mit sowas um? Ja, das sind halt, wir haben es gerade schon mal angesprochen, so Situationen, die lässt keinen kalt. Allein, wenn man sowas liest, lässt das keinen kalt. Wir sind angekommen und mussten vor Ort reanimieren. Und leider ist das Ganze tatsächlich dann auch erfolglos gewesen. Wir konnten die Feinde nicht wiederbeleben. Und auch das Krankenhaus, wir haben ja unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht und dort ist er dann nach ein paar Stunden verstorben. Das lässt sich nicht kalt. Vor allem, weil du ja auch das Ganze vor Ort auch miterlebst, wie das Leid der Eltern ist, das Leid der Angehörigen, das Leid der Leute, die da dran beteiligt waren. Das ist schon eine schlimme Sache. Und das ist so etwas, wo wir dann auch tatsächlich in diesem Aufmerksraum, den wir am Anfang gesehen haben, zusammensitzen und das muss einfach abgearbeitet werden. Das sind Sachen, die uns dann erst mal nicht loslassen, ganz klar. Okay. Herr Pelaike, Sie haben ja in Ihrer aktiven Zeit sicherlich auch eine Menge Sachen gesehen. Und ich meine, dadurch, dass sie schon so lange dabei sind, ich meine, hat sich da halt auch viel verändert. Also ich habe in Köln studiert. Da gibt es so eine Band, Black First. Die singen auch so etwas übersetzt, wie eigentlich darf man Indianer ja nicht mehr sagen, aber Indianer weinen nicht. Also hat sich dahingehend auch was verändert, dass man heute auch Kolleginnen und Kollegen ermutigt, darüber zu reden, wenn man eine Geschichte hat, die einen total anfasst? Und wie geht man dann innerhalb der Organisation damit um? Bekommen die Kolleginnen und Kollegen dann, sage ich mal, psychologische Hilfe? Ja, also im Gegensatz zu damals, als ich selber noch aktiv geflogen bin, wir haben uns auch damals schon gegenseitig abgeholt und gemerkt, wenn der andere, wenn ihn etwas bedrückt hat. Und gerade, was der Marco Gramme sagt, bei Kindern, ja, hat man ein anderes Gefühl. Das ist einfach so. Kinder sind, ja, kriegt man Gänsehaut. Das ist das eine. Ja, selbstverständlich im Unternehmen. Es hat sich unheimlich viel getan in den letzten, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der DRF, dass wir jetzt also im Haus speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen haben, mit denen man reden möchte. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die sagen, an und für sich möchte ich nicht mit meinem Kollegen reden, sondern ich hätte gerne, ich sage mal, eine externe Hilfe, also möchte mit einer neutralen Person sprechen. Auch da haben wir im Unternehmen selbstverständlich die Voraussetzung geschaffen, dass der, der es möchte, auf ihn zugeht. Und es gibt auch, Herr Gramme kann es bestätigen, entsprechende Sicherheitssysteme, dass man halt erkennt, okay, wenn ein Kollege nicht gerade richtig drauf ist oder sagt, ich will jetzt nicht fliegen, dann entscheidet das die Besatzung. Also ja, es hat sich etwas verändert, dass man jetzt professioneller ist, dass man weiß, wie man damit umgeht und dass man auch die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Ist so. Aber wir haben früher, haben wir es mit, ich sage mal, einfachen Mitteln gelöst. Jetzt ist es wirklich so, die Zeit, wie die Maschinen auch, bringt es mit sich. Aber es ist so, man muss aufeinander achten und man kriegt, glaube ich, ganz gut mit, auch in der heutigen Zeit, wenn es der Kollegin oder dem Kollegen nicht so gut geht. Und wir nehmen sie dann auch, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema, weil ich ja mit zu der Führungsmannschaft gehöre, des Unternehmens. Und wir nehmen dann auch die Mitarbeiter aus dem Dienst raus. Also wenn jetzt Herr Gramme zurückkommt, dann sagt hier der Notfallsanitäter oder er selber, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, weiter zu fliegen. Dann hat er selbstverständlich das Recht zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und dann wird ein Ersatz gestellt. Das hat jeder Mitarbeiter und das steht ihm auch zu. Also absolut professionell und richtig. Vielen Dank. Entschuldige, ein gutes Beispiel war ja zum Beispiel, wir hatten es ja, glaube ich, beim vorletzten Talk schon mal erzählt, mein allererster Einsatz bei der DRF Luftrettung war ja der 11. März 2011. Und das war der Abmachlauf von Binnen. Ja, das war mein allererster Einsatz. Da war ich dann 2009, nicht 2011, 2009. Und da war ich gerade in der Supervisionsphase in Leonberg mit einem sehr, sehr erfahrenen Piloten. Und danach hat tatsächlich der Vorstand, der Vorstand persönlich, das muss ich mal vorstellen, der Vorstand hat bei uns angerufen aus der Station, sagt, Jungs, wie geht es euch? Sollen wir, vielleicht ist das gerade gesagt, sollen wir euch aus dem Flugdienst rausnehmen, dass ihr durchschnaufen könnt? Und wir alle drei haben da dann kurz drüber gesprochen und dann den Vorstand wieder angerufen und sagt, nee, wir möchten gerne weitermachen, weil jetzt rausnehmen, das ist in unserem Fall jetzt nicht so gut für uns, haben wir gedacht. Wir möchten weitermachen, das war auch richtig so. Aber das ist tatsächlich, wie gesagt, da ist der Vorstand sofort da. Und in dem Fall hat wirklich der Vorstand vorhin angerufen und gefragt, Jungs, sollen wir euch rausnehmen, wie geht es euch? Also es ist wirklich, das wird ganz, ganz ernst genommen das Thema bei der DRF Luftrettung, ganz, ganz ernst. Ihr gibt eine sehr schöne Info dazu von Julika. Ich als Extremfrüche mit Herzfehler, Mama soll das heißen, muss sagen, ihr habt uns als Eltern bei allen drei Einsätzen richtig toll emotional abgeholt. Inzwischen ist der kleine Hubschrauberfreund, zweieinhalb Jahre, ohne die Kollegen aus Bad Berka, würde es nicht mehr geben. Cool, ja, schön, prima. Vielen Dank für das Feedback, das ist ja total schön. Das ist sehr schön, das freut einen immer wieder. Also jede Rückmeldung, die ist absolut, oh, jetzt klingelt es hier, muss ich kurz meinen Chef wegdrücken. Nein, das ist absolut wichtig, ist auch wichtig, weil in der Regel ist es ja so, Herr Grammel, Sie können es mit Sicherheit bestätigen, Sie fliegen einen Einsatz, retten Menschenleben, bringen die Patientin oder den Patienten dann weg und dann kommt nichts mehr. Und ich glaube, es ist ein super Feedback, was wir immer wieder hören, auch von den Besatzungen, wenn man anruft, sagt, hey, vielen Dank, viele backen noch Kuchen, bringen dann was zu essen, kommen noch vorbei. Also es ist was Besonderes und das sollte man auch so als besonders annehmen. Meine Meinung, wenn ich schon dabei bin und so sagen, sprechen darf, wie ich möchte, dann ist es was Besonderes, gerade das Zwischenmenschliche. Absolut. Wobei, Marco, du hast mir erzählt, so oft erfahrt ihr gar nicht, was aus den Patientinnen geworden ist. Und du hast aber kürzlich genau das Gegenteil erlebt, nämlich eine Rückmeldung von einer Angehörigen, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen. Aber ich fand das selber, sage ich mal, wirklich berührend, weil wir haben im Zuge eures Geburtstages häufiger in den vergangenen Wochen mal miteinander telefoniert, um das auch vorzubereiten. Und da hast du mir das erzählt. Magst du mal kurz skizzieren, was da, was das für eine Rückmeldung war? Ja, gerne. Also das Interessante war tatsächlich, ich habe ja vor zwei, zweieinhalb Wochen für die Magdeburger Vollstimmung im Rahmen unseres 15-jährigen Bestehen, der Fluchtheit in Magdeburg, ein Interview gegeben. Dort habe ich dann gesagt, dass es in meinen elf Jahren, oder jetzt sind es zwölf Jahre inzwischen, schon erst zweimal vorgekommen ist, dass sich jemand bei mir bedankt hat. Also nicht bei mir, sondern in einem Einsatz, wie ich dabei war. Deswegen, das, was Herr Pallax gerade sagt, das stimmt genau, das ist etwas ganz Besonderes, auch für uns wirklich was Besonderes, wenn wir ein Feedback bekommen, weil uns das einfach auch berührt und einfach auch so viel zurückgibt, wenn wir so etwas hören von den Leuten, die wir gerettet haben. Und das war jetzt wirklich letzte Woche das dritte Mal in meiner Tätigkeit als Rettungspilot, dass ich jemand bedankt hatte. Ich habe in Dresden ausgeholfen, bin dort geflogen und hatte einen Einsatz gehabt und mit dem Angehörigen, den ich da im Prinzip mit betreut habe, den habe ich gezeigt, was gerade passiert mit der Person, die wir da gerettet haben und habe alle Schritte erklärt. Ich bin immer wieder hingegangen und habe immer wieder erklärt, so pass auf, also nicht du, sondern pass auf, das passiert jetzt gerade und das ist jetzt der nächste Schritt und das Krankenhaus wird jetzt vorbereitet. Jetzt wird das und das gemacht, dann bin ich hingegangen, habe wieder geschaut, wie läuft es mit dem Patienten, wie sieht es da aus, bin wieder zurückgegangen, aber also ich war so das Bindeglied, weil ich als Pilot schon mal erklärt, keine medizinische Ausrüstung, ich muss das machen, wofür ich da bin und habe halt dementsprechend jetzt mich um den Angehörigen gekümmert und habe immer erklärt, wie die nächsten Schritte gerade sind, damit da auch ein bisschen Ruhe reinkommt und auch man beruhigt ist und auch weiß, was wir machen. Und da habe ich ein Feedback bekommen, eine E-Mail, die dann an die Station Dresden gegangen ist und die hat man mir weitergeleitet und diese Person hat sich total bedankt, war sehr froh, dass man sich so abgeholt hat, dass man sich Angst genommen hat und dass man so bei war und ganz, ganz toll fand ich wirklich den Abschlusssatz und der hat sich so bei mir ins Gehirn eingebrannt, da hat sie wirklich geschrieben, ich möchte euch nie wiedersehen, aber wenn ich euch wiedersehen muss, dann bitte mit so einem Team, wie ihr es wart. und das war echt total klasse. Besser geht nicht. Also obwohl es da noch ein paar Fragen gibt, aber fairerweise muss man sagen, bitte nehmt mir das nicht übel, es sind ein paar allgemeine Fragen, die würden wir gerne im Nachgang beantworten, würde ich jetzt langsam zum Schluss kommen. und aber wir haben viel über die DRF Luftrettung gesprochen und jeder, der zum Beispiel noch eine Lehrstelle sucht, ganz liebe Grüße aus unserer Personalabteilung von der Kollegin Silvia Gehry. Ich weiß, junge Menschen telefonieren nicht mehr so gerne, aber die könnt ihr echt anrufen, ihr müsst sie noch nicht mal sitzen, ihr könnt die auch duzen, die ist super. Und auf der Karriereseite der DRF Luftrettung findet ihr nicht nur die offenen Stellenangebote, was Ausbildungen anbetrifft, vor allen Dingen im kaufmännischen Bereich wird da jemand gesucht. Und darüber hinaus ganz viele Bundesfreiwilligendienste. Auch da, es gibt ja, gut, Corona machte die ganze Sache nicht leichter, aber auch da kann man, wenn man jetzt nicht nur lesen möchte, A, gibt es ein paar tolle Beispiele von unseren Kolleginnen und Kollegen, die bei uns so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht haben und das so gut fanden, dass sie dann nach einer Ausbildung gemacht haben, und mittlerweile teilweise schon seit Jahren in der Werft arbeiten. Man glaubt es kaum, ist aber so. Also von daher, jeder, der noch auf der Suche ist, gerne nachschauen, meldet euch gerne. Wir freuen uns. Und wenn Happy Like es jetzt sozusagen nichts mehr hinzuzufügen hat, würde ich mich langsam bedanken für alle, die uns zugeschaut haben, die so fleißig kommentiert haben. Sandra, das nehme ich auch noch mit als Rausschmeißer. Ganz herzlichen Dank für diese tollen Antworten. Ich habe oft den hier stationierten Christoph 64 Landen und Staaten sehen. Und ich bin wirklich jedes Mal dankbar, dass es euch gibt. Ich arbeite in einem Klinikkonzern, allerdings nicht am Patienten, sondern in der Rechtsabteilung nicht. Dennoch möchte ich Danke sagen, dass ihr immer da seid. Sandra, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können uns auch bei allen bedanken, die gerade nicht nur arbeiten, also 24-7 im Dienst sind, ob jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allen Dingen in den Kliniken, auf den Intensivstationen. Und Marco, ich würde mal sagen, Herr Pelaike, Sie sind mir nicht böse. Ich finde, der Stationsleiter der Station Magdeburg hat das Schlusswort. Einverstanden? Einverstanden, erstes Geburtstagskind. Welch Ehre. Ja, ich glaube, ich nutze euch erstmal. Erstmal vielen, vielen Dank da draußen an eure ganzen Fragen, dass ihr die DR-Fluft-Dag auch so toll unterstützt. Ich habe beim letzten Mal, bei unserem letzten Live-Talk mit Stefan, Nusser, das war auch ein super Talk. Gab es hinterher ganz viel Feedback und wir hatten ja so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Werbung, aber ein bisschen gesagt, Mensch, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr bei uns im Shop einkauft. Das wurde wirklich auch ordentlich genutzt und ich finde das total klasse, was für eine Unterstützung wir eigentlich von euch da draußen auch erfahren. Das gibt uns auch ganz, ganz viel zurück. Auf jeden Fall. Erstmal vielen, vielen Dank und ich bin jetzt das dritte Mal dabei bei diesem Live-Talk in die Luftretter-TV. Ich glaube, dass man mich jetzt erstmal nicht mehr einlädt. Also vielen Dank. Vielen Dank da draußen an alle, die jetzt schon wieder zugeguckt haben und ich hoffe, wir konnten euch ja ein bisschen was vermitteln, so wie die DR-Fluft-Dag auch arbeitet, wie wir aufgebaut sind und mit Herrn Pelaykes an unserer Seite aus dem Partnermanagement, was da draußen wahrscheinlich kein Mensch kennt, was das Partnermanagement überhaupt ist. Aber er hat da ein bisschen Einblick gegeben, fand ich auch eine total interessante Kombination hier zu dritt. Also vielen, vielen Dank und ich möchte einmal noch was loswerden. Ich habe es nämlich beim letzten Mal schon vergessen. Ich möchte unsere Technik, also da draußen, Sie wissen ja, der Hubschrauber wird unheimlich stark gewartet. Alle 100 Stunden kommt Techniker her, wenn wir nur ein ganz kleines Bewegung an dem Hubschrauber spüren. Von mir aus, Mensch, der vibriert jetzt auch ein bisschen mehr, was nur im Kopf des Piloten vielleicht sein sollte. Die Jungs machen sich sofort auf den Weg und sind am nächsten Tag, spätestens am nächsten Tag, wenn nicht sogar abends da und gucken sich an, was ich da schon da reingeschrieben habe, was in meinem Kopf gerade so abging, warum der Hubschrauber jetzt plötzlich mehr vibrieren sollte. Ich möchte wirklich mal ein ganz großes Dank an die Werft, an die Techniker aussprechen, die jeden Tag für uns da sind und den Hubschrauber am Laufen halten. Ohne die könnten wir auch nicht weiter retten und das vergisst man viel zu oft. Ich glaube, da sollten wir vielleicht auch mal einen Talk draus machen, Konstantin, dass man die Werft einmal reinholt, weil die Jungs, die halten uns am Leben, dass der Hubschrauber weiter fliegen kann und die sind so sicher, die Hubschrauber bei der DR-Fluchtrettung, dass man da wirklich nur echt ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Technik mal rausspricht hier. Ich glaube, das war jetzt so mein Schlusswort. Ansonsten vielen, vielen Dank. 15 Jahre DRF Luftrettung in Magdeburg ist echt ein riesengroßer Gewinn für mich. Ich liebe diese Stadt hier und der vielleicht ist auch schon gesagt, das ist einfach ganz toll hier und ich freue mich über den Tag, den ich hier fliegen darf. Also vielen, vielen Dank und das war mein Schlusswort. Und wer noch ein paar schöne Bilder sehen will, also erstmal, ich wollte ja eigentlich gar nichts mehr sagen, aber danke Marco, dass du die Kolleginnen und Kollegen aus der Werft nicht vergessen hast. Und jetzt folgen noch ein paar schöne Bilder, also nicht gleich wegswitchen. Die lohnen sich nämlich auch und allen da draußen einen schönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und zuversichtlich und wir sehen uns bald wieder bei die Luftretter TV. Tschüss. Kommt an den und noch ganz kurz. Wir werden selbstverständlich alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet sind, da gehen wir bei einem Nachgang rein. Nicht unbedingt heute, aber morgen gucken wir uns das an und wir beantworten jede Frage. Das habe ich schon geschrieben, selbstverständlich. Okay, ich bin zettig gerade gegeben. Herr Balaikis, vielen, vielen Dank, dass Sie auch dabei waren. Gute Zeit, bleiben Sie gesund und danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.